Willkommen bei MiaMedica. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie sich anmelden und und wie man ein neues Passwort anfordert. Gehen Sie zu miamedica.com und klicken Sie auf Einloggen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, fordern Sie ein neues an. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail. Geben Sie Ihr neues Passwort ein und wiederholen Sie dasselbe Passwort. Melden Sie sich jetzt mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem neuen Passwort an. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.